Die grosse Herausforderung bei uns in Zurtsachcare ist sicher, dass das Gesundheitswesen stets im Wandel ist, dass ein demografischer Druck herrscht. Um diesen Herausforderungen im Gesundheitswesen und speziell in der Reha-Klinik zu begegnen, braucht es eine Struktur, in der man die strategischen Themen so umsetzen kann, dass der Patient vom Therapeut optimal betreut wird. Wir als Kohleitung Therapie haben die Möglichkeit, die strategische Ebene mit der produktiven Ebene zusammenzubringen. Wir haben sowohl einen direkten Austausch mit den Geschäftsleitern, den ärztlichen Direktoren, als auch mit der Pflege, mit den Assistenzärzten, die an den Patienten selber arbeiten. Das bringt auch wirklich das spannende Umfeld des Therapieleiters auf den Punkt. Wir haben eine umfassende Care-Strategie als Zurtsachcare, die wir in der Reha voran den Rehabilitationsteil abdecken. In Sachen Wasser sind wir schon seit Jahren aufgestellt. Unsere Nähe an die Therme gibt uns ein gewisses Know-how. Zusätzlich haben wir auch innovativere Projekte im Gartenbereich, in denen wir auch versuchen, das, was die Natur hergibt, bei uns auch wirklich therapeutisch zu nutzen. Speziell lässig bei uns in Zurtsachcare an dieser Kohleitung Therapie ist auch, dass wir wirklich eine gute Zusammenarbeit nach oben und nach unten haben. Wir haben die Möglichkeit, unsere Anliegen zu platzieren. Wir werden ernst genommen. Wir haben die Möglichkeit, das voran zu treiben, unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, neue Ideen auch so anzubringen, dass der Patient dann von diesen vielschichtigen Modellen auch wirklich profitieren kann. wir sehen uns auch, wie wir es gesehen haben, Manuel wird das voran zu geben und die mobility, die wir uns auch nicht lieben dürfen. Wir sehen uns, dass wir die Möglichkeit, dass der Zeit da диалог, Vielen Dank.